Servus Leute, mein Name ist AgingWadda.de und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar heute möchte ich gerne über die Neugewichtung der SPGs oder Selbstwahl-Lafetten in Sandbox-Server reden. Ich möchte aber ein paar Sachen, bevor wir jetzt da heute anfangen, ansprechen. Erstens, das Video wird sehr, sehr persönlich sein, also meine persönliche Meinung beinhalten. Und ich muss vorneweg nehmen, ich bin kein Artikel-Fan. Ich mag Artillerie momentan in der jetzigen Iteration auf dem Live-Server nicht wirklich, weil es aus meiner Sicht eine Panzerklasse ist, die nicht viel Counterplay gibt und immer noch sehr effektiv ist. Ich weiß, dass viele Leute dagegen was sagen, dass sie denken, dass es eigentlich so gut ist und so. Und ich kenne auch andere Leute, die auch sagen, yo Raging, du hast recht. Einfach das bitte im Kopf behalten, dass ich allgemein eher ein bisschen negativ gegenüber Artie eingestimmt bin. Aber ich probiere trotzdem euch hier einen rationalen und nicht zu emotionsbedingte Übersicht und Meinung zu diesen Änderungen zu geben. Weil es gibt ein paar interessante Sachen, die wir dann auch noch ganz kurz auf dem Sandbox-Server anschauen können. Dazu noch, wir schauen uns natürlich die THC-Laties an auf dem Sandbox-Server mit ihren neuen Werten. Was ich auch noch anmerken möchte, ich werde höchstwahrscheinlich nicht viel Zeit haben, um in diesem Sandbox-Server zu spielen. Erstens sind wieder alle Sachen weg, also keine Panzer mehr Vorstich hatte, wie in den vorherigen Iterationen. Und ich habe am Momentan gerade nicht die Zeit. Darum muss ich sagen, was ich jetzt erzähle, ist rein Gedankenexperiment, beziehungsweise Erfahrungswert durch, was ich aus dem Live-Server kenne und was es dazu mal gab. Plus etwas sehr Dummes, auf dem Sandbox-Server gibt es keinen Trainingsraum. WG, why you do this? Ihr würdet mir persönlich so viel mehr helfen und auch anderen Leuten, die Videos über das Zeugs machen, weil wir könnten dann einfache Sachen testen. Ich weiß, ihr wollt natürlich das alles in Action sein und im Spiel drinne, aber ich persönlich hätte es viel, 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 viel lieber, wenn wir das da eventuell auch mal testen könnten in einem Trainingsraum. Aber nun, was hat sich denn genau geändert? Ihr könnt es euch selber eigentlich durchlesen, aber hier kurz zusammengebrochen, Wargaming möchte mehr Variabilität für Arties machen. Oder besser gesagt, dass ihr Game-Style, ihr Spiel-Style sich ein bisschen abändert. Einfach nicht nur HE und HE hat. Und wir euch dann überlegen, was? HE, 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 HE. Versteht ihr? Und darum möchten sie da gerne ein bisschen Änderungen reinbringen, etwas ein bisschen Spiciges machen, etwas Neues machen. Darunter möchten sie auch den Gesamtdauer der Betäubung oder der Stunts verringern und sie möchten auch den Schaden der Arties machen reduzieren. Oder der Schadensanteil, besser gesagt. Und das, ich finde es schön, dass sie schwarz hervorgehoben haben, weil das springt mir so oder so ins Auge, weil ich eben, wie schon gesagt, persönlich denke, dass Artie in der jetzigen Live-Server-Iteration zu viel Schaden macht. Aber nun, was sind denn die Änderungen? Und zwar, es gibt drei Sachen. Artie kriegt jetzt eine Standard-HE-Granate, eine Spezial-HE-Granate und eine alternative Granate. Die Standard-HE-Granate ist das, was wir kennen. Das ist wirklich eine Kopie des Live-Servers. Das sind genau die gleichen Werte, wie wir sie auf dem Live-Server kennen, mit Pen und mit Alpha-Schaden. Und das ist jetzt wichtig anzumerken. Diese Munition hat Stunt. Die beiden anderen Typen eben nicht mehr. Und auch interessanterweise ist, man darf nicht vergessen, auf dem Sandbox-Server sind ja alle HP-Werte hochgepusht worden. Oder es gab eigentlich eine Inflation in den HP-Werten, in den Strukturpunkt-Werten. Der IS-7 zum Beispiel hat jetzt, wenn es mich nicht täuscht, 1950 Punkte. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz, auch wenn es hier gerade den Baum ein bisschen zukleistert, weil ich muss es nachher so oder so dann raussuchen. Plus, ihr könnt das Video kurz anhalten und euch diese Sachen anschauen. 1059 auf dem Live-Server haben wir 2950, nicht 1059. Auf dem Live-Server haben wir ja 2400. Das wäre eigentlich ein Anstieg von 22,9%. Aber wir können es hier nochmal ganz kurz nachgucken. 1059 durch 2240 haben wir 22,9% Anstieg in HP. Heißt also, de facto, je nachdem, was sie da auch noch verändert haben mit der Mechanik, wie HE-Schaden auf Spass-Schaden ausgeteilt wird, sollten die HE-Kugeln, wie wir sie jetzt kennen, 15 bis 22% weniger Schaden machen. Weil eben wir ja mehr HP gekriegt haben und sich an diesem HE-Schaden nichts geändert hat. Die Spezialgranaten, diese haben jetzt etwa 15% mehr Schaden, damit sie ungefähr gleich viel Schaden machen wie auf dem Live-Server. Jedoch haben sie keinen Stun mehr. Interessanterweise haben sie aber anscheinend eine höhere Durchschlagskraft, was ich bezeichne, denn alle T10-Artis haben das nicht. Und sie haben einen größeren Wirkbereich, beziehungsweise einen größeren Splash. Das kann ich leider nicht beurteilen, weil das in diesen Werten hier nicht angezeigt wird. Ja, also, diese machen jetzt ein bisschen mehr Alpha dann. Also eben diese 15, vielleicht ein bisschen mehr Prozent mehr Alpha. Aber that's about it. Kannst du also, sie machen trotzdem, es ist immer noch ein kleiner Nerf, wenn sie nichts an der ATHE-Mechanik geändert haben. Und zu guter Letzt gibt es die Spezialgranaten. Und, äh, Entschuldigung, die alternativen Granaten. Jetzt habe ich mich da verlesen, da haben wir einen kurzen Ruckler. Und diese sind jetzt eigentlich, wie wir sie kennen, all dazu mal, AP und Heat. Also, wir können es hier uns nochmal anschauen. Zum Beispiel 261 kriegt eine AP mit 304 mm Durchschlagskraft und 470 Alpha. Zum Beispiel die Batchat-Arti 282, Pen für 415 Alpha, hat aber Heat. Alle anderen haben AP. So, wenn wir uns jetzt einfach das mal anschauen, muss ich jetzt mal sagen, ich persönlich finde es schade, dass ARTI eine solche Vielfalt an verschiedenen Munitionstypen kriegen, während Standardpanzer runtergedummt wurden. Ich habe das oft angesprochen und ich denke, ihr könnt es jetzt auch mir schon nachsagen. Für mich war HE eine High-Risk, High-Reward-Typ Munition. Ich musste mich entscheiden, yo, will ich hohen Alpha haben oder 20, 15% mehr DPM machen, indem ich HE schieße, aber gehe davon aus, dass ich eventuell bouncen kann und dadurch keinen Schaden mache oder wenig Schaden mache. Für mich war HE ein Munitionstyp, den ich genommen habe, wenn ich weiß, hey, ich kann das Heck eines Super-Conquerors, eines Chief-Tens penetrieren, hey, ich kann eine ARTI mit der HE one-shotten und wenn ich ja meistens auf eine ARTI schieße, ist es eh late game, oder? Oder am Ende des Spiels, ich habe wenig HP und die Chance, dass ich sie dann one-shotte, ist höher, als wenn ich jetzt AP nehmen würde oder Standard-Munition und das heißt auch, dass sie eventuell nicht die Chance hat, mich zurück zu beschießen und mich sogar zu zerstören und somit das Spiel gewinnen zu können. Gibt es ja jetzt momentan nicht mehr. HE hat ja null Penn für alle Panzer, abgesehen von der ARTI. Und darum finde ich das jetzt sehr komisch. Wie gesagt, ich konnte es leider noch nicht testen. Was hat das jetzt für einen Einfluss, dass ARTI noch Durchschlagskraft hat? Wird sich da was verändern? Weil hier ist es ja so, dass teilweise wirklich wir den vollen HE-Shaden machen, wenn wir auf weiche Ziele schießen. Ja, es ist, wie gesagt, tut mir leid, dass ich das noch nicht testen konnte. Aber ich bin definitiv nicht wirklich so happy. Wieso kriegt eigentlich die, in Anführungs- und Schlusszeichen, die einfachste Klasse, hier die größte Flexibilität oder die größte Vielfalt an Munitionstypen? Wieso kriegen das normale Panzer nicht? Wieso wurde uns sogar die HE geklaut, mit der man Skill-technisch Einfluss ins Spiel nehmen könnte? Klar, Hash ist jetzt hier noch ausbegriffen. Also, Hash könnte noch kommen. Und das andere große Problem, das ich habe, an und für sich das Konzept, sich zu entscheiden zwischen hohem Schaden oder höheren Schaden und mehr und Stun, besser gesagt, sich zwischen den beiden zu unterscheiden oder zu sagen, was will ich machen, finde ich eine gute Sache. Macht Sinn aus meiner Sicht, weil ich finde Stun wirklich immer noch nervig mit dem Schaden, die Arty macht. Um jetzt einen Arty-Spieler zu zwingen, sich zu entscheiden, ja, was will ich jetzt? Alpha oder Stun? Finde ich eine gute Sache, weil das kann einerseits ein bisschen das Zeug verändern. Ich kann mir gut vorstellen, dass 95% der Spieler sagen, yo, ich nehme einfach höheren HE-Schaden, weil mehr Damage carries Games. Wenn vielleicht die Leute, die auf Gunmarx spielen oder eher einen taktischeren Einstieg ins Spiel nehmen oder Ansicht nehmen, wie zum Beispiel auch mit Platooniern und so, die dann vielleicht eher auf Stun gehen, weil du kannst dann direkt deinem Typen, deinem Kollegen, deinem Platoon-Buddy, deinem Zugpartner helfen. Yo, ich stun den Typen, der ist jetzt schlechter, du kannst ihn jetzt easy peasy rausnehmen, weil er 25% schlechtere Crew hat. Finde ich an und für sich nicht schlechte Idee. Man muss eben dann schauen, wie sich das jetzt ausfüllt, aber zu der alternativen Munition, zu der AP allgemein, nee, noch kurz noch zu den anderen, ich finde, mehr Splash finde ich auch nicht eine gute Idee, wenn man schon mehr Alpha hat. Einfach entscheiden zwischen Stunt oder mehr Alpha. Das muss man sich dazwischen entscheiden. Plus, wie so genau darf Arty immer noch Pens machen, finde ich nicht gerade toll. Vor allem, es ist noch so ein richtig heftiger Schlag ins Gesicht an alle Leute, die gerne KV2 fahren, an alle Leute, die gerne HE benutzen, um halt skilltechnisch da ein bisschen aufzuräumen oder eben dieses High-Risk-High-Reward-Gameplay zu machen. Finde ich schade, entweder ganz oder gar nicht. Entweder kriegt Arty keinen Pen mehr und normale Panzer keinen Pen mehr auf HE oder beide Panzer kriegen HE mit Pen. Ende, wirklich. Weil so haben wir jetzt immer noch eine Klasse, die extrem RNG-basierend ist. Und jetzt wird es noch besser. Und dafür noch ein fettes Dankeschön an KloB11, der mir geholfen hat für das kleine Experiment. Danach, dass ich euch gleich zeige. Alle diese Munitionstypen haben ja dann AP-Munition. Heißt also, jeder dieser Munitionstypen hat ja auch einen Modulschaden. Doch was ist denn genau ein Modulschaden in World of Tanks? Nun, jedes Modul von euch, von eurem Panzer, hat eine gewisse HP. Es ist eigentlich wie eure Strukturpunkte, einfach versteckt. Die sieht man nicht so leicht. Die sind wirklich sehr gut versteckt. Jedes dieser Module hat auch eine gewisse Anzahl an Prozent, mit dem ihr beschädigt werdet. Ich gebe euch sonst mal ganz kurz hier ins Wiki rein, weil das ist sehr gut beschrieben. Ah, jetzt habe ich es natürlich gerade. Also, wenn zum Beispiel eure Ketten getroffen werden, dann ist es eine hundertprozentige Chance, dass die beschädigt werden. Wenn zum Beispiel euer Motor getroffen werdet, ist es nur eine 45-prozentige Chance. Und so weiter, und so weiter, und so fort. Und das ist auch zum Beispiel beim Munitionslager. Das Munitionslager hat Base aus 27% Chance, beschädigt zu werden. Oder sogar zerstört zu werden. Und jeder eurer Munitionstypen, jede eurer Kugel hat einen bestimmten Modulschaden. Das können wir zum Beispiel hier auf tanks.gg nachschauen. Und ich habe jetzt für mein Beispiel den Jagdpanzer N100 genommen, weil ich wollte schauen, ob der Modulschaden, ob der fix ist, oder auch RNG hat. Und darum musste ich eigentlich nur, der Jagdpanzer N100 hier hat ja 228 Schaden gegen Module. Und der IS-7 hat 210 Strukturpunkte im Munitionslager. Heißt also, wenn wir auf das Munitionslager des IS-7 schießen, haben wir eine 30-prozentige Chance, weil ich persönlich habe das Dead Eye Perk oder den Scharfschützen-Skill. Heißt also, wir kriegen 3% mehr RNG, dass wir da Schaden machen. Also haben wir eine 30-prozentige Chance, das Munitionslager zu beschädigen. Jedes Mal, wenn wir das Munitionslager schießen, 30-prozentige Chance, ob wir es beschädigen. Wenn dieser Modulschaden fix ist, müsste jedes Mal, wenn ich das Modul beschädigt habe, oder getroffen habe, müsste das hops gehen, weil der IS-7 ja nur 210 Strukturpunkte hat für das Munitionslager. Also mussten wir nur so lange spielen, bis ich in einer Runde das Munitionslager nur beschädige, also gelb schieße. Und boom, ist das schon wieder erlegt. Wir wissen, da gibt es RNG drauf und das haben wir auch so rausgefunden. Und genau hier fängt das große Problem an mit dieser AP. Weil wenn Wargaming die alten Punkte nimmt, die alten Strukturpunkte oder Modulschadenspunkte von Anno dazumal, dann haben wir nicht, wie Wargaming hier groß lobt, einen vorshersehbaren Schaden, sondern noch ein größeres RNG. Denn all diese Munitionstypen sind erstens mal auf einer Artie. Arties sind ungenau. Also, die treffen immer noch viel zu oft. Gefühlt. Aber ja, sie sind ungenau. Ob man es trifft, ist jetzt wirklich ein großer Würfelwerk gerollt. Dann kann es sein, dass man die Ketten nur trifft oder trotzdem noch Bounce, auch wenn man zum Beispiel 338 Millimeter Penn hat. Beziehungsweise beim T92 jetzt auch 338. Hat sich also nicht viel verändert. Ja. Und dazu kommt, dass diese natürlich einen höheren Modulschaden hat. Also sagen wir es mal so, ihr fahrt I7, fahrt ein bisschen rum, auf dem offenen Feld. Plötzlich kommt eine T92, die fäppt euch ins Gesicht rein, trifft glücklicherweise das Munitionslager und bumm, erste Runde, erste zwei Minuten, ihr seid tot, Null Schaden gemacht, 2.950 Amorak Blowup. Weil, obwohl die Kanone eigentlich nur 580 Alpha hat. Und das ist, das brauchen wir überhaupt nicht, weil das wäre noch mehr RNG. Glücklicherweise geht hier das bis 9.17 zurück und dort hatten die Artis noch ihre Standard-Munitionstypen mit AP. Ihr könnt sehen, T92, 370 Pen, 1800 Alpha und interessanterweise, wenn wir uns hier jetzt anschauen, der Modulschaden ist 320. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir auch nochmal ein RNG haben von 25%, können wir also sagen, 320 ist unser Modulschaden mal 0,75, also minus 25, 240. Heißt also theoretisch, wenn T92 das Munitionslager einer IS-7 trifft und diese 30% Chance hat, das Munitionslager zu beschädigen, ist es immer ein One-Shot. Immer. Immer, immer, immer. Und da muss ich einfach sagen, jo, brauchen wir noch mehr RNG? Brauchen wir wirklich mehr RNG? Wir haben AT-RNG von der Genauigkeit her. Wir haben das RNG, das ihr euch eventuell pennen könnt mit HE. Und jetzt wollen wir noch eine Predictable oder vorhersehbaren Damage einführen, der bei den meisten Arties so einen hohen Modulschaden verursacht, dass das bei diversen Stufe-10er-Heavies ein One-Shot ist, wenn es Munitionslager trifft. Ach komm. Also, das ist aus meiner Sicht wirklich lächerlich. Die beiden ersten Munitionstypen, ich sehe den Sinn dahinter, ich finde es interessant, dass Wargaming das so ein bisschen ausprobiert, aber AP und HEAT sind aus meiner Sicht ein komplett wieder mal am Ziel vorbeigeschossen. Weil, schlicht und ergreifend, wir brauchen nicht mehr RNG. Meine persönliche Meinung, brauchen wir das wirklich? Nein, wirklich, einfach nur nö. Und, es ist halt einfach so, wenn ihr überlegt, 320 Modulschaden, heißt also, ihr fahrt mit eurer Maus rum, die hat hier 280 Munitionslager-Hitpoints, ne? Auf dem Live, auf dem Sandboxer hat sie, glaube ich, sogar 3.400 Strukturpunkte, wenn es mich nicht täuscht, ne? 3.550. Kann es sein, in der ersten Runde, er mit seiner T92 AP schießt, euch Slucky in die Seite hier trifft, boom, 30% Chance, boom, Full-HP-Emo-Rack. Also, das ist für mich komplett das Gegenteil von Spielspaß. Weil, wisst ihr, was sich das anhört? Das hört sich an wie Detonation oder Munitionslagertreffer in World of Warships, was ja so fun and engaging ist, dass es ein riesenfettes Meme ist in der World of Warships Community. Also, Wargaming. Die Idee ist gut, aber es mangelt hart an der Umsetzung. Für mich persönlich. Was haltet ihr davon? Findet ihr es eine gute Sache, dass ARTI so gebalanced worden ist? Denkt ihr, das ARTI HE-Pens machen darf? Oder soll sie genau wie alle anderen Panzer 0 Penn haben? Wie zum Beispiel auch hier die Maus. 0 Penn, aber 315 Durchschnittsschaden. Sollten normale Panzer auch wieder HE-Pen kriegen? Was haltet ihr davon? Soll ARTI AP zurückkriegen mit zu wenig Schaden, aber schlussendlich trotzdem großen RNG, weil, ey, eben, Munitionslagertreffer, Fuel-Tanks-Treffer. Ich habe jetzt meine Meinung in 18 Minuten preisgegeben. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentarsektion rein. Schreibt es ins Forum rein. Wir müssen diese Diskussion offen halten und auch fair halten. Ich habe meine Argumente dargelegt, wieso ich es nicht gut finde und was ich gut finde. Schreibt mir, was ihr gut findet und was ihr nicht gut findet. Und vergisst nicht, kommt Leute, diese Diskussion soll fair bleiben, diese Diskussion soll nicht jetzt eskalieren ins du bist doof, nee, du bist doof, sondern wir probieren das gut zu machen, legit zu machen und fair zu bleiben gegenüber. Jeder hat seine eigene Meinung, das darf auch jeder so haben. Mein Name ist RagingRap.de Danke für immer fürs Zuschauen. Cheers, Leute. gardener uns Tschüss, dich Untertitelung. BR 2018